Prezi auf uns Du hast ihn? Ja, den da Nein, der Prezi hat mich am Haus Prezi hier oben auf uns, Robert, pass auf Ja, der Prezi hat uns Prezi auf uns Alter, der Prezi hat mich schon wieder, ich krieg das Kotzen Das kann, das kann gar nicht Das ist das dritte Mal jetzt Ich sag's jetzt, ohne Scheiß Nee, die haben Happi Die kommen Kleine Fitter, Alter Wie dumm die waren Die waren gar nicht so dumm Was denken die denn, Alter? Keine Ahnung, echt nicht Die haben mir nicht mal ne Platte abgezogen Ja, die haben nur auf mich geschossen Alter Ja Nein, das dritte auf mich Nein, da läuft einer Nein, da läuft einer Nein, da ist kein Ex Ich krieg ihn mit Ich krieg ihn mit Ich krieg ihn mit Redzen Noch ein Knock Oh, Hilfe hier Danke Der andere ist hier unten rein Ich hab ihn Können ihn retzen Ich seh sein Mate Ich seh sein Mate Weg 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 Hier kommen noch mehr Ist unten bei mir drin Unten bei mir drin Auf dem Dach Auf dem Dach Ja, ich bin unter ihm Ich bin unter ihm Ja, hier, der Camp hier in der Ecke der Ohren Einen hab ich Locked Ja, der heizt sich jetzt Pass auf, Robert Noch einer kommt bei dir Muss der andere noch auf dem Dach Ja, vermutlich Auf dem Dach ist keiner Hinter mir, hinter mir Oder vor mir Ja, ich weiß, wo er ist Wer ist hier gegenüber Grobber Gets league Komm her Ich hab dich Wursagt Ich habe dich Oh, nein, ich bin unter ihm Gober Ich bin unter ihm Ich bin unter ihm Ich bin unter ihm Und wenn, ich bin unter ihm Ich bin unter ihm Schau. Ich bin unter ihm sind hinter mir hier alle unten drin ne einer ist auch oben in dem Raum abhinn nochmal einen ich hab nochmal einen wieder weg da ist Timo äh Jens hab einen einen nockt der sagt Cheater nein in der Ecke in der Ecke hier ich retzle mich selber ich komme über die Zippe hoch hinten kommt einer retzten bitte Alter war ein Kampf das macht Spaß so oder Jens unglaublich dass ich den sogar genockt hab ja keine Ahnung der war da ganz hinten auf Brüssen ja hab ich ihn fix gelasert Alter Alter oh hier unsere Mates sind gegenüber lass auch hin hier liegt noch ein bisschen was Jens er hat überlebt ah ich hab ihn hier Jens ja komm mal hinter die Mauer oder ist da einer auf dem Dach darf es einer ja chill weg chill weg er hat nicht mehr viel ich geh unten bei ihm rein schießt er auf dich ne der eine liegt hier ober der andere kommt unten unten oder oben ja ich hab hier direkt einen vor mir an der Leiter ja ja du sollst play sein tun Jens wir gegen zwei andere und die haben den Vorteil jetzt schon irgendwie ist der eine glaube ich ganz oben drauf ne die sind AFK eine hab ich erwischt ja wo ist der dritte wo oben drauf der läuft ja der läuft ja er hat hits ich hab ihn ne ich hab ihn ja hab ich Hillzeichen gekriegt oben drauf hier sind welche hier kommen schon wieder welche zurück die selben schon wieder knocked knocked Team Vibe ich hab ihn hier nicht glaube ich drei stück vor mir sitzen alles Brezi hier oben auf uns Robert pass auf ich hab gesagt oben bei den ich hab ihn hier ich hab ihn hier abgeschossen ja der Brezi hat uns ja das kann doch gar das ist so dumm mit dem Brezi na das funktioniert tatsächlich und von oben kommen welche irgendetwas ist oben gelandet da oben da oben ist halt alles voll ne wo seid ihr? Zweite Etage? genau wo seid ihr Timo? genau die anderen kommen Timo der kommt zu und zu und zu und zu und ein robot siehst du das die hat mich mit einer blenkgranate beworfen der hund ist aber wieder von mir abgeprallt von der brüstung von der brüstung von der brüstung zwei mann der schieft noch welche siehst du den 36 meter ja ich glaube der ist hier in der luft deswegen nicht gef트 noch für die hiermit Der kommt. Chill back. Knocked. Er ist tot. Ja. Hier oben fliegt noch einer. Der fliegt wie Sonne. Oh nein. Hier landet was. Unten bei uns drin, unten bei uns drin. Knocked. Cabin. Er ist hier unten rein. Er hat Hits. Er ist genug vor dir. Er ist. Badezimmer. Kommt ihr ganz nach oben? Wir können nach oben. Ich bin neben dir. Er hat dich reingelegt. Nee, er hat mir drei Hits gegeben. Er legt. Er ist knocked. Kannst du durchziehen? Ich kann dich nicht retzen. Komm nicht. Weil ich oben bin und ich abgeschossen worden bin. Ich komm. Ach Tivo komm hier. Ach Tivo komm hier. Ja. Oh ja der hat mich. Der hat mich so gelasert. Er kommt. Er kommt. Nein nein nicht retzen. Nicht retzen. Er kommt. Er kommt. Kämpf. Kämpf. Er kommt. Er kommt hinter mir. Tschüss. Es kommt nicht einer. Es kommt zwei oben. Hä? Schon wieder. Derselbe. Das kann nicht sein. 20 kills hat der eine. Ja. Dem guck ich auch gerade zu. Dem guck ich. Also der sucht sich auch nichts. Komm mal. Der weiß ganz genau wo die die ganze Zeit laufen. Hier. Seh mich. Einen. Einen hab ich noch unten. Der Einer ist hier noch reingekommen. Robert. Der ist hier unten bei uns drinnen. Shit. Ich zieh mir Platten rein und dann. Geh zu Jens. Brauchst nicht mehr. Hab ihn. Hab ihn. Wir sind hier noch irgendwo. Ich komm wieder auf den Turm. Einen hab ich noch. Der wollte mich gerade auf den Turm pushen. Einer ist hier unten noch irgendwo. Bleib hier. Bleib hier. Jetzt. Unten. Jetzt müssen wir nach. Nock. Einer noch. Raus. Die anderen beiden sind schon in der Zone. Bei den Zelten. Guck mal. Sieben Meter vor mir. Zehn nicht. Der muss hier in der Ecke stehen. Ja ich seh ihn schon. Einen noch. Seht ihr auf der Minimap. 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 Ich seh ihn. Er hat Hits. Hier so gewesen. Ich rehm rechts ab. Jawoll. Schön.